Es ist kalt, das Kommunikationsquadrat bzw. die vier Seiten einer Nachricht und die Möglichkeiten, das Ganze auf eine Kurzgeschichte anzuwenden. In dem Fall, schönes goldenes Haar. Einen schönen guten Tag, ihr unfassbar intelligenten Internetmenschen. Ich habe ja schon gesagt, dass ich mich jetzt auch um die Themen kümmern möchte, zumindest ein wenig, die in der Mittelstufe drankommen. Dieses Kommunikationsquadrat, das kommt da auch dran. Allerdings muss man dazu sagen, dass zumindest in Nordrhein-Westfalen das Kommunikationsquadrat auch im Abitur drankommen kann. Und zwar insofern, als dass es verbunden wird mit Kurzgeschichten. Der eine oder andere mag das als Herausforderung betrachten. Es ist aber in Wirklichkeit eher eine Hilfestellung. Denn dieses Kommunikationsquadrat bzw. die vier Seiten einer Nachricht von Schulz von Thun zeigen im Endeffekt, wie es zu Kommunikationsstörungen kommen kann. Die Theorie dieses Kommunikationsquadrates ist einigermaßen leicht erklärt. Wenn ich eine Aussage treffe, dann hat diese Aussage vier Seiten. Die erste Seite ist die Sachebene. Wenn ich beispielsweise im Klassenzimmer sitze und sage, es ist kalt, dann ist das eine Feststellung, die ja gerade im Sinne des Lüftens auch keinem unbekannt ist. Gleichzeitig sage ich mit es ist kalt aber auch was über mich aus, nämlich, dass es mir persönlich zu kalt ist. Auf der Beziehungsebene kann das Ganze etwas ganz anderes bedeuten. In dem Fall kann es nämlich bedeuten, dass ich jemandem, der bei mir in der Nähe sitzt, zu verstehen gebe, wie es mir gerade geht. Die Appellebene ist eine ganz andere Ebene. Die kann nämlich als Aufforderung verstanden werden. Das liegt natürlich dann auch daran, wie ich den Satz formuliere. Wenn ich beispielsweise sage, es ist kalt, dann gebe ich damit zu verstehen, bitte steh auf und geh und schließ das Fenster. Das Problem ist jetzt, dass in unserer alltäglichen Kommunikation, aber eben auch in Formen der Kommunikation, wie sie in Kurzgeschichten oftmals vorkommen, diese Ebenen nicht immer richtig verstanden werden. Beispielsweise in diesem Dialog, das vielen bekannt ist, weil er mittlerweile Eingang in viele Schulbücher genommen hat, Es ist grün, fährst du oder fahr ich? Da sieht man, dass dieses Es ist grün theoretisch auf der Sachebene gemeint sein könnte. Die Appellebene aber dadurch verstärkt wird, dass man demjenigen zu verstehen gibt, du solltest jetzt losfahren. Die Antwort darauf, fährst du oder fahr ich, ist zwar auf der Sachebene eine Frage, In Wirklichkeit zeigt sich hier aber die Beziehungsebene in dem Sinne, du musst mich nicht auf etwas aufmerksam machen, was ich durchaus selber feststellen konnte. Soweit zu der Erklärung. Was kann man jetzt damit in Kurzgeschichten machen? Und zwar aus meiner Sicht nicht nur, wenn es Aufgabenstellung ist, sondern möglicherweise auch, wenn man das Ganze im Hinterkopf hat und versucht zu verstehen, was eigentlich dieses Problem innerhalb der Kurzgeschichte ist. Dazu kurz zu schönes goldenes Haar. Ich kann jetzt nicht die komplette Kurzgeschichte interpretieren und das soll jetzt auch gar nicht das Thema sein, aber vielleicht ist es interessant zu verstehen, dass es wir hier ist mit einer Situation zu haben, in der ein Ehepaar darüber spricht, meist ist es die Frau, dass über ihn ihre Tochter mit einem Jungen zusammen ist. Die Mutter ist hellauf in Panik und den Vater stört das ganz eigentlich nicht. Darauf kommt es zu folgendem Dialog. Sie hat hübsches Haar, sagte sie, wie Seide, wie Gold. Er schnickte die Seiten in ihre gekniffte Form zurück. Na klar, sagte er. Hier kann man also theoretisch nur an einer einzigen Stelle Folgendes feststellen. Sie äußert sich über das Haar ihrer Tochter und er entnimmt dieser Äußerung mit seinem lapidaren, na klar, bloß die Sachebene. Was sie aber eigentlich damit sagen möchte, ist, dass sie sich fürchtet davor, dass der Junge ihrer Tochter zu nahe kommt. Diese Furcht zeigt also, dass ihre Äußerung eigentlich auf der Beziehungsebene verstanden werden sollte von ihrem Mann. Beziehungsweise möglicherweise sogar auf der Appellseite. Also, tu etwas, geh hoch und schau, ob die beiden sich nicht zu nahe kommen. Auf diese Weise kann ich also eine Kurzgeschichte nicht nur besser verstehen, sondern in meiner Interpretation dies eben auch deutlich machen. Beispielsweise, indem ich dann schriftlich formuliere, der Konflikt in dieser Passage besteht darin, dass die Mutter etwas auf der Beziehungsebene artikuliert, dass der Mann allerdings nur auf der Sachebene versteht. Ja, und wenn man das sehr gut drauf hat und kann, dann kann das sehr, sehr nützlich sein. Was will ich damit sagen? Dieses Kommunikationsquadrat zu kennen oder vielleicht auch die vier Ohren, das Vier-Ohren-Modell, das eigentlich auf dieselbe Weise funktioniert, ist nicht nur sinnvoll, um zu verstehen, wie Kommunikation Gehlingen oder auch Misslingen kann, sondern kann auch als Schlüssel, als Werkzeug dienen, um sich Kurzprosatexten beispielsweise noch besser nähern zu können. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, auch für den Algorithmus. Sagt euren Freundinnen, Freunden, Bekannten und eurer Tante Bescheid, falls die den Abitur-Abendkurs besucht. Und lasst mir vielleicht gerne ein Like oder sogar ein Abo da. Ich freue mich sehr und werde weiter versuchen, Inhalte für euch herzustellen. Macht's gut, bis dann, euer Netzlehrer Bob Blume. Eigentlich wollte ich die Welt sehen.